Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, wir sind wieder hier in der Willow Street zusammen Mit Nessie und Tür? Ja, die beiden sind auch wieder dabei. Heute sollen wir das Parabol-Mikrofon benutzen, das Kuzifix verwenden, um den Geist an der Jagd zu hindern und die Bewegungssensoren einsetzen. Schön, schön. Heute nehme ich keine Nachtsicht. Ich nehme die Taschenlampe mit Reinhold Messner und ein Fotoapparat. Okay, ich habe zusätzlich noch ein MF dabei. Okay. Und wir sind auf Albtraum unterwegs, das sollten wir noch sagen. Genau. Und ich gehe jetzt in den Sicherungskasten suchen. Mach das. Oder gehst du eher direkt in den Keller? Ich gehe sowieso sofort in den Keller. Okay. Keine Tarotkarten, kein Versteck, keine Spieluhr. Da ist doch schon was geflogen. Und hier ist der Sicherungskasten. Hast du das auch gehört? Nein. Ist irgendwo was geflogen? In der Garage? Wir haben den Spiegel. Okay. Also in die Garage bin ich gerade mit dem MF reingegangen. Hier ist kein Ausschlag. Also ich bin mir sicher, dass er hier oben ist. Meine, ich hätte von hier irgendwo was gehört. Geh mir Zeichen. Okay, wenn du da bist, gehe ich mal ins Badezimmer. Mh-Mh. Mach das. Und in die Garage. Oder im Wohnzimmer. Das kann natürlich auch sein. Also den Spiegel habe ich schon fotografiert, ne? Okay. Hier ist der Teddy geflogen. In dem Schlafzimmer, wo du warst. Okay. Er hat auch gerade die Tür bewegt. Ja, dann wird er wohl da sein. Mach ich mal das Licht an. Acht Grad. Guck, da hinten am Schreibtisch liegt der Teddy. Der ja sonst auf dem Bett steht. Oder der Hase. Ja, ja. Okay. Dann lasse ich mal alles hier. Mhm. Die Tür habe ich jetzt nicht fotografiert, ne? Weil das funktioniert bei mir ja irgendwie nie so gut. Alles gut. Ich hole ein Cools-Effix und ein Buch. Okay. Ja, wir kriegen nur zwei Beweise. Das stimmt. Mal sehen, welche das sein werden, ne? Oh, ich bin auch mal gespannt. Aber vielleicht kriegen wir auch drei Beweise. Ah, der Mimik. Ah, guck mal, wie schön ich das hinbekommen habe hier. Das habe ich letztens auch so schön hinbekommen, als wir privat gespielt haben. Das stimmt. Buch habe ich gesagt. Kurzfix habe ich gesagt. Alles klar. Ich werde das mitnehmen und die Box. Was ist denn das? Die Videokamera. Entschuldigung. So, wieder reinflitzen. Lauf. Geh mit Gott, aber geh. Das sieht so affig aus. Weil du gerade gebückt bist. Oh Gott, lass es lieber. Schreibe ins Buch. Komm, lass es nicht aus. Schreibe ins Buch. Fünf Grad. Schöne, angenehme Temperatur. Für den Nord. Kein Orbi-Orb. Sehr schön. Du hast die Box. Ja. Okay. Dann viel Spaß. Dankeschön. Ich fühle mich hier auch echt wohl. Der Nebel sieht seit dem Halloween-Update so komisch aus, ne? Ja. Buch. Buch. Ein Buch. Okay. Buch und Box bis jetzt negativ. Okay, ich nehme eine Dings mit einer UV-Salz. Ja. Ja. Kruzifix liegt aus. Kruzifix liegt aus. Okay. Hast du Angst? Ne, ne, alles gut. Ich habe nur nicht gesehen, wo. Apropos Angst, wir sollten mal gucken, wo ein Versteck ist. Stimmt. Garage. Rechts. Ja, Garage, ja, genau. Okay. Ich gehe mal kurz in den Keller. Ich gucke mal kurz am Knochen. Ach das. Eins, zwei, drei. Ultraviolett. Dämon. Dämon, mein linken Poltergeist. Lauf durch Salz. Salzspur. Jetzt im Keller ist kein Versteck. Wir haben wahrscheinlich nur das eine in der Garage. Okay. Und im Keller ist auch kein Knochen. Also was? Also Bilder sind gut. Durch? Ja. Okay. Also die zwei Beweise, die wir haben, haben wir. Oder die wir kriegen können, haben wir jetzt. Mhm. Aber es sind drei Geister, die man an der Jagd schon erkennen kann. Buch Ultraviolett. Poltergeist, Dämon, Meiling. Kann man schon erkennen. Kann man erkennen, da hast du recht. Meiling ist sehr leise, Poltergeist wirft sehr viel rum und Dämon ist einfach nur Standard. Fängt früh an zu jagen, wenn er Bock hat. Mhm. Ich finde den Knochen nicht. Ich suche jetzt mal mit. Ja, mach das. Gerne. Aber wenn, dann mit Räucherwerk, Feuerzeug, Taschendampe. Ich weiß, ich habe drinnen eine liegen. Aber wir können es uns erlauben. Parabolmikrofon, Bewegungssensor. Ach, die Nebenaufgaben stimmt ja, da war ja was. Ja. Ich suche mal den Knochen, du könntest ja dann die restlichen Sachen noch reinbringen, wenn du möchtest. Ja. Wo warst du denn schon? Überall. Alles klar. Dann gucke ich mal. Aber ich bin ja auch manchmal ein bisschen knochenblind. Seit dem Halloween-Spezial habe ich einen Trauma mit dem Knochen. Ach, Mensch. Ah, Kruzifus. 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 Was ist denn mit dem Kruzifus angebrannt? Nein, das muss einmal antrennen. Kruzifus. Alles klar. Weißt du Bescheid? Ja. Da wissen wir jetzt alle Bescheid. Das ist ja schlimmer als Kreuzifix, ey. Viele Grüße an Moni. So. Ah, er macht was Musik für uns. Sehr nett. Ja. Dämon wird natürlich immer unwahrscheinlicher. Guck mal, wo der Knochen ist. Guck mal hier auf den Stuhl. Ist das jetzt ernsthaft? Ja. So, dann haben wir den auch. Parabötchen noch. Mach ein Geräusch. Das machst du gerade schon. Sehr schön. Dämon wird natürlich immer unwahrscheinlicher. Weil er noch nicht angegriffen hat. Richtig. Und auch relativ inaktiv ist, ne? Mhm. Mach ein Geräusch. Alle drei Geiste haben zwar einen Standardgang. Der Päutergeist wirft besonders viel rum. Der Dämon greift besonders gerne früh an. Und die Meiling ist sehr leise. Der Dämon greift besonders gerne früh an. Und auch mehrmals hintereinander. Ja. Kann man dazu ergänzen. Sehr schön. Ne? Ja. Da hast du recht. Ich hab meine Hausaufgaben gemacht. Sehr gut. Mach ein Geräusch. Wir könnten ja mal eine verfluchte Jagd dann provozieren, wenn du dein Geräusch hast. Ja, noch hab ich kein Geräusch. Jung. Ach Jung. Ach Jung. Mach ein Geräusch. Gibst du mir das Parabon Mikrofon? Mach kurz. Danke. Raum wechseln. Raum wechseln. Raum wechseln. 4,3. 3,5. Geh mir mal eine Taschenlampe und so holen. Ach. Mal gucken. Mach ein Ger... Jetzt wollte ich doch tatsächlich... Jetzt wollte ich doch tatsächlich... So. Mach ein Geräusch. Mach ein Geräusch. Hab ich mir keine Taschenlampe mitgenommen? Ich hab mein Nachtsichtgerät eben abgelegt, aber mir keine Taschenlampe mitgenommen. Mensch. Ich hoffe, dass er nicht den Raum gewechselt hat. Mach ein Geräusch. Ich bring noch mal Räucher weg mit rein. Und dann kann ich gerne mal mit dem Thermometer rumgehen. Weil der Bewegungssensor auch nicht mehr reagiert. Reinhold, was sagst du so? 4,4. Immerhin. 6,6. 6,1. Es wird ein bisschen wärmer. 11. 11,4. Hier sind 22 Grad. 10,8. Ja, Flur, oder? Also... Könnte. Und hier? 6,5. 7,8. 9,3. Sieht aber doch noch hier gut aus. Würde ich mal behaupten. Ja, eigentlich schon. Also hier waren es 22 Grad. Na ja. 8,3 im Flur. Mach ein Geräusch. Vielleicht wandert der aber auch gerade nur ein bisschen. Ja. Also den Dämon würde ich eigentlich ausschließen. So langsam. Ja, es wird eine Meiling oder ein Poltergeist sein. Mach ein Geräusch. Gib mir ein Zeichen. 8,4, 7,5. 8,2. Aber Wölkchen sind auch weg, ne? Warte. Ja, Wölkchen sind weg. Der hat den Raum gewechselt. Aber... Jetzt denk ich mal. Ich hab hier im Flur auch keine Wölkchen. Moment. Ich guck mal nach. 9,6. Ja, der ist hier im Flur. 6,7 Grad im Flur. Jetzt doch. Ja. Ich würde vorsichtshalber mal ein zweites Kurze fix holen. Bewegt eine Tür. Ja, die Kellertür. Ja, ist im Flur mit Sicherheit jetzt. Ich hab aber auch keine Wölkchen. Ich werd das jetzt mal mit Salz testen. Ja, mach das. So. Wenn er da durchläuft, wissen wir ja Bescheid. Ja. Für unsere Sanity müsste mittlerweile eigentlich schon gut im Eimer sein. Obwohl wir ja auch ordentlich im Licht unterwegs sind, ne? Ja, okay. Aber bei der Knochensuche zum Beispiel war ich im Keller nur im Dunkeln unterwegs. Ja, vor... Aber Wölkchen sind keine da. Was sind denn meine Wölkchen? Weggelaufen. Ähm, Parabötchen. Ja, okay. Jetzt wird's hier im Zimmer aber richtig warm. Ich hab's. Er jagt, oder? Nein, nein. Nur ein Event. Er könnte aber jetzt von dort hinten aus starten. Aber da liegt auch noch ein Kruzifix. Ich hab den Bewegungssensor jetzt mal hier hingestellt. Mhm. Ist irgendwie alles komisch. 7,2. Ähm, wir warten mal im Wohnzimmer, würd' ich sagen. Legen vielleicht das Kruzifix etwas zentraler. So. Mhm. Und das andere nehmen wir uns mit. War er jetzt wieder im Geisterraum? Ja, die Temperatur da ist auch noch total komisch. Warten wir mal ab. Okay. Warten wir ab. Denk dran, ähm, in der Garage ist das Versteck, ne? Ja, da wo der Spiegel liegt, ne? Ja. Dann warten wir mal hier und gucken. Weißt du was? Ich hol den Spiegel jetzt mal. Ich kann den auch holen. Nein, nein, ich bin schon unterwegs. So. Schauen wir doch mal. Ja, jetzt kannst du auch mal gucken, wo der ist dann. Nur. Und? Nur, ja. So, hat man doch noch gut was im Sanity, ne? Mhm. Kruzifix. Ja. Ähm, kannst du das Kruzifix mitnehmen? Das andere? Wohin? Zum Versteck. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Wir können abhauen, ne? Obwohl, wir müssen den Geist noch herausfinden. Verdammt. Ja. Da war ich ein bisschen durcheinander. Ja, das stimmt. Hast du das Kruzifix? Jawohl. Sehr gut. Müsst du erreichen da vorne, ne? Ja, ja, alles gut. Dann warten wir mal ab und hören jetzt mal schön. Ja. Kruzifix hat draußen natürlich noch eine Ladung im Flur. Ja gut, aber es sind 30 Sekunden oder was, ne? So was. Ja. Das war mir jetzt hier in der Nähe. Mhm. Was er rumgeschmissen hat. Mhm. Der Bewegungssensor hat auf jeden Fall gerade ausgeschlagen. Und den hatte ich in den Flur gestellt. Ah, okay. Oh, er wirft schon mal was. Er wirft viel. Poltergeist. Erste Einschätzung. Für ne Meiling. Zu laut. Ja. Er ist im Keller und wir hören ihn noch. Meiling raus. Dämon unwahrscheinlich Poltergeist, würde ich sagen. Was sagst du? Ich hab gar nichts gehört quasi, weil du geredet hast. Alles klar, ich hab's aber gehört, da kannst du nachgehen. Ich dachte gerade schon, oh Mann, warum redet er denn jetzt die ganze Zeit? Ich will das auch hören. Das ist ein Poltergeist. 100%. Wir können aber gerne noch ne Jagd abwarten. Quatsch, ich vertraue dir doch. Er ist gerade im Keller und wir hören ihn noch. Ja, Meiling hab ich von Anfang an ausgeschlossen, weil wir es direkt gehört haben. Dämon unwahrscheinlich. Wir können... Ja, Arsch. Ich seh dein Gebiss. Wir können gerne noch ne Jagd abwarten, wenn du möchtest. Okay. Dann darfst du auch mal hören. Ja, dann mach ich mit dem Spielsound wieder lauter. Jetzt weißt du, wie ich mich sonst immer fühle. Das ist aber auch, wenn wir zu viert spielen, ist das auch ein bisschen anstrengender. Davon hab ich gar nicht erst gesprochen. Ich wollte nur von mir ablenken. Mhm. Bewegungssensor wieder. Mhm. Am Flur. Ja. Ja. Ich finde das nur... Ich bin niemals absolut. Das ist aber... Das ist aber... Ich wurde Coordinagender. Nein... Ich bin schon mal aus learneden. In der Tatel klar. Ich bin schon mal sein. Oh meingiving. Ich bin ja nicht einfach jemanden. Ich habe ihn jetzt immer noch chir TJ:" Aber ich kennelscheب, Und wie zie sich die Wahrheit mit mir vor. Ja, was auch gegen den Dämon spricht, ist, dass er sich so viel Zeit gelassen hat zwischen den Jagden. Ja, das stimmt, aber der hat fast gar keine Sachen angerührt, ne? Doch, der hat viel rumgeworfen. Hab ich nämlich gar nicht gehört. Bei der ersten Jagd. Bei der ersten Jagd hat er sehr viel rumgeworfen. Kannst du mir vertrauen? Nee, ich vertraue dir da ja auch. Ich vertraue dir da, weil Dämon ist unwahrscheinlich, Merling war zu laut. Ja. Gut. Alles klar? Knochen sogar auch noch gefunden, alle Nebenaufgaben. Wenn das jetzt richtig ist, was es sein wird, ist es eine perfekte Jagd. Ja, sehr befriedigend dann. Sehr schön. Ja. Oder zufriedenstellend, sagen wir es mal so. Klingt besser, ne? Ja. Eindeutig. Gloria Ramirez. Poltergeist. Ja, sehr schön. Sehr gut. 1.675 Döllerchen. Oh, das tut gut. Ja. Ja. Gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe 181.000. Ja. Ja, ich weiß. Du brauchst dich nicht zu beschweren. Ja. Aber trotzdem. Lieber 1.675 bekommen als ausgeben. Das stimmt natürlich. Ja, natürlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bleibt uns gewogen. Tschüss. 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 Tschüss.